Hallo, ich habe noch ein bisschen in meinem Liederbuch geblättert und habe auf einer Seite etwas weiter hinten das Lied vom Müll gefunden. Den Text hat James Criss geschrieben und die Musik Christian Brun. Und wie das Lied geht, das hört ihr jetzt von mir, okay? Was wird aus unserem Auto? Ist es nicht mehr mobil? Dann wird aus unserem Autöchen Müll, Müll, Müll. Was wird aus einem Kleide, wenn's nicht mehr passen will? Dann wird aus einem Sonntagskleid Müll, Müll, Müll. Was wird aus einem Glase? Zerbrach einmal sein Stiel. Dann wird aus einem feinen Glas Müll, Müll, Müll. So ist es. Was wird aus alten Stiefeln, wenn's warm wird im April? Dann wird aus einem Stiefelpaar Müll, Müll, Müll. Und geht das stets so weiter, so ohne Sinn und Ziel. Dann wird aus unserem Erdenball Müll, Müll, Müll. Und geht das stets so weiter, ohne Sinn und ohne Ziel. Dann wird aus unserem Erdenball Müll, Müll, Müll.